Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir die eklige Bohnen Challenge und die soll richtig eklig sein. Also bleibt auf jeden Fall dabei und ja, jetzt kann ich, ich erkläre noch eben, wie das geht. Und zwar müssen wir an dieses Rädchen drehen. Das heißt, bei jeder Farbe gibt es zweimal. Die eine sollte, das eine schmeckt gut, das andere schmeckt total ekelhaft. Genau und wir wissen nicht, welches was ist. Fangen wir jetzt mal an. Du drehst jetzt. Du und ich. Oder erbrochenes. Rund oder erbrochenes. Ich hoffe, ich habe einen Orangen. Wir haben jetzt wirklich dasselbe, ja, ne? Ja. Ja, okay, gut. Das stimmt schon. Auf eins, zwei, drei. Und erbrochen ist. Mhm. Orangen erbrochen ist. Oh, was ist das denn? Ich habe den Teller vergessen. Boah, das schmeckt richtig ekelig. Oh, ich guck mal die Dürrung an. Er will klinge die Kotze, Alter. Mach ne Scheiße auf. Wir haben alle schon mal einen kurzen Rundsack geschluckt. Boah, das schmeckt ja ekelig. Boah. Ich bin dran. Ich nehme Krokus, nehme Krokus. Boah, ich habe den Geschmack immer noch. Ähm, das sind diese Pinky-Dinger. Gut, die Frutti oder Stinky Socks. Wo kann man noch? Schöße. Tessen wir. Eins, zwei, drei. Tutti Frutti! Ihh! Woh, woh, woh! Ihh! Woh, woh, woh! Ich halte scheiße schon nicht auf. Ja, Tutti Frutti! Oh, ih! Sei froh, dass du Lecker hattest! Grün, das ist... Limone oder... Gemähtes Gras! Oh, lecker, bald ist lecker! Ja, jetzt hab ich... Ja, jetzt hab ich... Ja, jetzt hab ich... Jetzt hab ich stinkiges... 1, 2, 3 Schon wieder hab ich Gras. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich hab auch Gras. Boah, das schmeckt voll nach Gras. Woher weiß der Kerl, wie Gras schmeckt? Woher weiß er, wie erbrochenes schmeckt? Woher weiß er, wie stinkende Socken schmecken? Dann musst du probieren haben. Okay, das ist nicht so schlimm. Gras ist nicht so schlimm. Bäm. Ähm, dieses eine wieder. Ne, wir machen... Mach nochmal, weil das war dazwischen. Dieses Grüne mit den Punkten. Entweder, ähm, Nasenpopel oder saftige Birne. 1, 2, 3 Okay. Mhh... Mhhh. Ich hab Bier noch. Hmmm. Hmmm... Uhhh. Und wie schmeckt das? Hmmm. Wo ist das hin? Hab ich gedacht. Ich will das nicht so Bier machen. Ich schmeckt, mhhm... Salzig, als würde man Waffeln fressen. Bier noch! Wein! Oder Kokosnuss? Ich hoffe, ich habe Kokosnuss. Ich hoffe, ich habe auch Kokosnuss. Oh mein Gott. 2, 3. Ich weiß. Magie. Oh, Magie. Das war Babywinnel. Ja. Aber so schlimm schmeckt das nicht. Ne, das schmeckte irgendwie noch Lavendel. Wieder hier, jetzt Nasenpuppe. Oder? Birne. Birne. Ich brauche jetzt mal gucken, ob ich Nasenpuppe. Ein, los. Boah, das schmeckt richtig verrückt! Oh, das schmeckt richtig verrückt! Oh! Oh! Das schmeckt richtig ekelnd! Oh! 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 Was ist das? Das erbrochenes! Schon wieder! Mh! Mh! Oh! Mh! 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 Ich hatte das bis hier. Du hast den Rast runtergeschuckt. Das ist schon so verwehrt. Uah! Iiiiihihi! Oh mein Gott! Okay, sagen wir mal. Wir haben hier. Das gelbe. Ich glaube, das ist faules Ei. Oder Butterpopcorn. Mh! 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 Das ist nicht schlimm. Ach, das ist meine Abwechslung. Damit machen wir sich den Atem wieder frisch. Ja, das ist ein bisschen eklig. Ja, so wird das bisschen eklig. Aber es schmeckt gut, stimmt. Schmeckt nicht schlecht. Ja! Schokopudding oder Hundefutter? Ich hab Hundefutter. Und du? Wie kommt's? Ah, ich geklid auf, das war ein Schwein. Ich kann nur rufen. Birne oder Gras? Das tut mir egal. Ich glaube, ich hab wieder Gras. Ja. Ich ess das jetzt einfach. Ich ess das jetzt. Ach ne. Tutti Frutti oder? Was war da schicken? Tutti Frutti. Schmeckt voll gut. Und wie schmeckt das? Gut. Alter. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Oder wenn wir noch eine weitere Challenge damit machen sollen. Wir haben noch sehr viele Bohnen übrig. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und ob ihr auch so was mal machen wollt. Also abonnieren nicht vergessen. Würde mich auch sehr freuen. Und ich hab noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.